Okay, wie gesagt, wenn man diese Worte sagt, alle Sünden werden vergeben, dann ist man auf dem Weg ins Paradies. Alhamdulillah, man bezeugt, dass niemand das Recht hat, angewegt zu werden außer Allah. Und als zweites bezeugt man, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Wenn man bezeugt, dass niemand das Recht hat, angewegt zu werden außer Allah, bezeugt man auch, dass Allah unvergleichlich ist mit seiner Schöpfung. Dass Allah subhanahu wa ta'ala der Herrscher, Schöpfer, Lenker des Gesandtes Universums ist. Und dass Mohammed der Gesandte Allahs ist, bedeutet, wir glauben daran, was Mohammed sallallahu alaihi wa sallam berichtet hat. Wir beten ihn, wir beten Allah, also wir beten den Allmächtigen Gott so an, so an, wie der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam gezeigt hat. Und wir glauben an das, was er berichtet hat, halten das als verboten, was er verboten hat und das als geboten, was er geboten hat. Denn das, was er geboten und verboten hat, kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Du bist bereit dafür, inshallah, du kennst die Bedeutung, ich habe es gerade nochmal erklärt, dann sprech das einfach ins Mikrofon, alhamdulillah. Ich haado an la ilahe in Allah, ich haado an la muhammad al-rusum Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. 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 Allah wird mit einem Volk kommen, die ihn lieben, die er liebt und die ihn lieben. Also du weißt, wie es geht, Sünden verziehen, Alhamdulillah, können wir viel gratulieren, freuen wir uns immer darüber, wie sehr ihr gratulieren könnt, umso besser. Am besten mit mir. Also, ich sage das nochmal vorher, ich muss ganz langsam nach, ich meine, ich kann es nicht so schön, aber trotzdem möchte ich das gar nicht vorstellen. Ich sage das, kein Geest, ohne Gott, ohne Gott. Ich sage das, dass Mohammed Mohammed, der Prophet, der Prophet, der Prophet, der Prophet. Elhamdulillah, Allah-ul-Azum. Allah-u-Azum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.